Basketball, Basketball, bei der Telekom, alle Spiele in HD, live and on demand, ey! Den grau-weiß spielenden Kreitzheimer und den ersten Dreier von Konrad Wisocki. ...hatte zunächst große Schwierigkeiten mit den Dreipunktwürfen und dann gingen sie rein. Wisocki wieder für drei, der hatte ein ganz heißes Händchen. Traf insgesamt fünf von neun Versuch und sechs Punkten entfernt und dann kam wieder Konrad Wisocki. Konrad Wisocki zur Stelle macht ein klasse Spiel, wieder für drei, insgesamt 22 Punkte und 8 Me-Bounds. Das Ende war nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Die haben eine Zone aufgestellt, wir haben einfach nur von außen geworfen, gehofft, dass er reinfällt. Es ist nichts reingefallen, auf der anderen Seite viele einfacher abgegeben, add ones und alles mögliche. Aber dann mit Ach und Krach das Ding noch am Leben gehalten und zum Glück unser Weihnachtsspiel gewonnen. Und somit ein wohlverdienter Schluck aus der Pulle für den Topscorer dieser Partie, Konrad Wisocki. Die haben wir, von uns وب довольно gut gelesen, die wir heute haben ja schon Video genommen. Die haben wir heute gemacht, denn die für die Verkaufgaben ist das Ding noch ein?